Willkommen im Eine-Welt-Laden in Neumarkt. Hier finden Sie die ganze Welt in einem Laden. Waren aus dem fairen Handel zu fairen Preisen. Aromatischer Kaffee, edle Schokolade, ausgefallener Schmuck und vieles mehr. Von unseren Produkten werden auch die satt, die Sie herstellen. Außerdem bieten wir umfangreiches Bildungsmaterial und interessante Themenabende. Der Eine-Welt-Laden am Unteren Markt in Neumarkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017